Die chemischen Elemente entstehen durch Nukleosynthese, wobei die chemischen Elemente immer ein Sammelbegriff sind, denn alle Elemente bestehen aus einer Vielzahl von Nukliden. Wenn man jetzt Nukleosynthese verstehen möchte, ist es sehr wichtig, ein bisschen etwas über die Energien zu verstehen und zu wissen, mit denen die Kerne von Isotopen zusammengehalten werden. Wenn wir uns jetzt mal einen Kern eines Atoms anschauen, dann gibt es darin Proton und Neutron. Sagen wir mal, das ist ein Proton und dann kommt noch ein Neutron dazu. Und dann sind es vielleicht nicht nur zwei, sondern viele. Und je nachdem, wie viele Protonen man hat, ist ein unterschiedliches Element. Und je nachdem, wie viele Neutronen im Kern sind, ist es ein unterschiedliches Isotop. Jedes einzelne dieser hier, ob es jetzt Proton oder Neutron ist, egal, allgemein nennt man einen Nukleon. Und das Ganze macht dann eben den Atomkern oder den Kern eines Isotops. Jetzt möchte man vielleicht diesen Kern trennen. Mit irgendeiner Energie, die man auffändet, wie zwei Magnete, die zusammenhängen, jetzt möchte man diese beiden Magneten auseinanderziehen, man möchte jetzt diese beiden Nukleonen voneinander trennen. Und dazu braucht man eine bestimmte Energie. Und diese Energie kann man beschreiben als die Energie, die man auffänden muss pro Nukleon, um die voneinander zu trennen, beziehungsweise um ein Nukleon aus einem Kern rauszutrennen. Also das ist eine Energie, die man braucht, um die Bindung zu lösen. Man könnte sie deshalb nennen, so etwas wie eine Bindungslösungsenergie. Und auftragen vielleicht auf einer y-Achse. Und auf der x-Achse trägt man dann die Massenzahl auf, beziehungsweise das Isotop, also die Anzahl an Protonen und Neutronen in einem Kern, die Anzahl der Nukleonen. Also hier ganz am Anfang hätte man so etwas wie Wasserstoff 1 und Wasserstoff 2, also da wären dann ein Proton, ein Neutronen drin, vielleicht drei Wasserstoff, da wären dann zwei Neutronen, ein Proton drin, dann vielleicht hier drei Helium, vier Helium, da wären dann zwei Neutronen, zwei Protonen drin und so weiter. Und dann trägt man hier die Bindungsenergie auf, dann liegt die hier vielleicht dort, und dann sieht man, dass bei diesen leichten Elementen steigt die Bindungsenergie hier so an, aber noch ein bisschen anders, ich zeige das gleich im entsprechenden Diagramm. Die Einheit, die man auf der y-Achse hat, sind Megaelektronenvolt. Und dann hat man also mit, wenn man hier auf der x-Achse nach rechts geht, braucht man höhere Energien, um ein Nukleon rauszulösen, also heißt die Bindungsenergie pro Nukleon. Jetzt braucht man also zum Beispiel, sagen wir hier, für Helium 3 vielleicht 4 Megaelektronenvolt, um ein Nukleon rauszulösen. Und bei 3 Helium braucht man vielleicht 2 Megaelektronenvolt, um eins rauszulösen. Das heißt, bei 3 Helium, also bei dem hier, braucht man mehr Energie. Jetzt braucht man mehr Energie, um diese zwei Magnete, oder nur ein Magnet, dort wegzubekommen. Wenn man jetzt bei diesem ist, bei diesen zwei Wasserstoff, dann geht es relativ leicht. Und dann kommt man zum Nächsten, plötzlich geht es schwerer. Und zwar pro Nukleon, nicht für ein Neues, das dazukommt, sondern für jedes geht es dann schwerer. Das heißt aber, dass wenn man von einem zum anderen geht, und man braucht plötzlich mehr Energie, um das zu machen, muss von dem einen zum anderen etwas Energie verloren gehen, weil es dann schwerer wird, das rauszuholen. Also ein bisschen, als würde vielleicht was in ein Loch runterfallen, zwei Meter tief, und dann liegen da drei Kugeln im Loch drin, und dann braucht man eine bestimmte Energie, um die dort unten aus dem Loch rauszuholen. Und dann bringen wir noch eine weitere Kugel dazu, und dann fallen alle Kugeln zusammen, plötzlich in vier Meter Tiefe. Und dann braucht es natürlich noch mehr Energie, um diese vier dort rauszuholen. Und das ist die Energie, die auf der Y-Achse aufgetragen ist. Das heißt, sobald die eben vier Meter tief liegen, braucht man mehr Energie. Wenn aber alle von, also wenn man drei Kugeln hat, in zwei Meter Tiefe, eine Kugel dazu, und alle fallen an vier Meter Tiefe, wird natürlich diese potenzielle Energie für alle diese verloren. Und das ist Energie, die praktisch irgendwo hingeht. Also hier wäre das halt potenzielle Energie, die dann frei wird. Und bei den Isotopen ist es dann eine Bindungsenergie, die hier frei wird. Und man nennt ja auch nicht Bindungslösungsenergie, obwohl das vielleicht ein bisschen klarer wäre, sondern man nennt das nur Bindungsenergie, und trägt die auf der Y-Achse auf. Und wie gesagt, sobald man hier nach oben geht, wird die Bindung immer stärker, so als würden die immer weiter ins Loch fallen. Und diese Differenz hier ist eine Energie, die frei wird. Gerade bei den leichten Elementen massiv werden. Und so sieht dann auch das zugehörige Diagramm aus. Das ist genau das, was ich eben auch gezeigt habe. Also auf der X-Achse die Isotope. Stehen nur die Elemente da, sind wir jetzt ein bisschen unübersichtlich. Also die Massenzahl, beziehungsweise Anzahl an Nukleon. Und auf der Y-Achse die Bindungsenergie pro Nukleon. Und dann gibt es noch einen kleinen Inset, da ist die X-Achse die gleiche, nur auf der Y-Achse ist die Gesamtenergie dargestellt. Des Kerns. Und diese Gesamtenergie, die steigt kontinuierlich an, wie man sehen kann, in diese Richtung. Das ist die Energie aller Nukleonen im Kern. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Jetzt sieht man hier, wie gesagt, das gleiche, ist ja das gleiche Diagramm, wie ich es gerade gezeigt habe. Also zu Anfang, bei den leichten Satopen steigt das hier sehr steil an. Also die Bindungsenergie wird sehr schnell sehr hoch. Das heißt, das hier, das hier war ja das, was immer an Energie frei wird, dass hier am Anfang extrem viel Energie frei wird. Und was hier stattfindet, ist Kernfusion, weil zwei Kerne zusammenkommen und dann aneinander haften bleiben, durch diese hohe Bindungsenergie, und dabei sehr viel Energie frei wird. Das passiert in Sternen oder in der Wasserstoffbombe. Und das Ganze geht dann hier immer weiter, flacht dann auf einmal sehr stark ab. Und das Nukleon mit der höchsten, der Kern mit der höchsten Bindungsenergie, das Isotop mit der höchsten Bindungsenergie, ist 62 Nickel. Also das Nickel ist hier, das ist direkt neben Eisen. Das ist ein stabiles Isotop. Und deshalb sagt man meistens, dass Kerne bis Eisen, bei Nickel ist das schon schwierig, können noch in Sternen durch die Kollision, durch den hohen Druck in Sternen, durch die Kollision von Isotopen untereinander entstehen. Also bis dorthin ungefähr in Sternen, also findet die Nukleosynthese, das ist ja die Bildung neuer Elemente, wenn hier, oder neue Isotope, wenn hier diese Kollisionen stattfinden, das passiert in Sternen statt. Ungefähr. Auf der anderen Seite passiert jetzt, also auf der anderen Seite von Eist, von diesen Eisen-Isotop-Balken, den ich hier eingezeichnet habe, geht das Ganze jetzt runter. Und das bedeutet, dass wenn hier zwei Kerne miteinander zusammenstoßen, keine Energie mehr frei wird. Das war ja hier noch der Fall. Hier ist immer Energie frei geworden, auf dem Ast. Aber hier nach hinten passiert es nicht mehr. Sondern, um die schweren Elemente zu erzeugen, muss noch Energie reingesteckt werden. Also wenn in die Richtung hier immer Energie frei wird, heißt es, wenn es in die Richtung geht, was bei diesem hinteren Ast der Fall ist, wird nicht Energie frei sein, man muss Energie reinstecken. Und das sind auch Elemente, die dann zum Beispiel in Supernovas entstehen. Also das hier ist so etwas wie Supernova, wo es einen extrem hohen Fluss an Neutronen gibt. Und die sehr viel Energie mitbringen und dadurch diese schweren Elemente entstehen können. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb es so wenig von diesen schweren Elementen gibt. Und sehr viel mehr von diesen Elementen mit geringerer Masse. Das stabilste, letzter stabile Isotop, ist dann 209 bis Mut. Aber obwohl nach hier hinten diese Energie pro Nukleon abfällt, ist es weiterhin so, dass hier neue Nukleon dazukommen, weshalb die Gesamtenergie des Kerns, die Gesamtbindungsenergie des Kerns trotzdem weiter ansteigt. Und das eben was in diesem Inset gezeigt ist, dass das hier geht kontinuierlich nach oben, während die Energie pro Nukleon abnehmen kann. Es wird dann häufig in der Geochemie, Kosmochemie, die auf Eisen-Peak-Elemente referiert. Deshalb habe ich die hier einmal eingezeichnet. Damit sind die Elemente rund um Eisen gemein, also Eisen selbst, Chrom, Vanadium, Kobalt, Titan, Mangan, Nickel, Kupfer, Zink, das ungefähr sind die Eisen-Peak-Elemente. Und der Grund, weshalb die Eisen-Peak-Elemente heißen, ist genau der, dass eben rund um Eisen es hier einen Peak in der Bindungsenergie gibt. Deshalb habe ich sie auch hier einmal aufgenommen. Aber hier sieht man eben, weshalb es wichtig ist, die Bindungsenergie zu verstehen, was sie bedeutet für die Nukleosynthese. Denn damit kann man direkt die Nukleosynthese auch ein bisschen verstehen. Beispielsweise bei etwas leichteren Elementen, das sind eher die, die in Sternen entstehen. Und bei schwereren Elementen, das sind dann die, die in Supernovas entstehen. Und das sind auch die Elemente, wo später dann durch radioaktiven Zerfall Energie gewonnen werden kann. Denn wenn zum Beispiel Uran in die Richtung zerfällt, Uran befindet sich ja hier oben, ist jetzt kein stabiles Element, das wäre dann irgendwo hier Uran. Und das zerfällt dann zu blei in die Richtung. Und dabei wird wieder Energie frei. Und das ist, wie man dann auch durch radioaktiven Zerfall Energie gewinnen kann. Und soviel zur Bindungsenergie und der Relation zur Nukleosynthese.